Hallo, wir wollen mit der Aufgabe 5 unserer Klausurbesprechung der Klausur der Wirtschaftsmathematik und Statistik aus dem Sommersemester 2016 weitermachen. Und falls du neu dabei bist, ja ich habe dir unten auch nochmal in die Videobeschreibung verlinkt, wo die anderen Aufgaben zu finden sind. Allerdings solltest du auf jeden Fall dabei bleiben, denn jetzt geht es eben um die Aufgabe Nummer 5. Es wird jeweils immer schwieriger, wobei die Aufgabe Nummer 5 eigentlich recht gut zu bewältigen ist. Zuvor vielleicht nochmal die Hinweise, also falls ihr im Grunde die Original-Klausuraufgaben auch sucht, die findet ihr immer im Moodle-Bereich des jeweiligen Moduls. Noch dazu werden jetzt die besprochenen Aufgaben von mir etwas abgeändert sein, hat urheberrechtliche Gründe, ja. Deswegen, ich darf leider nicht ganz die Klausur besprechen. Direkt die Aufgabe, allerdings stimmen natürlich die richtigen Buchstaben überein und der Aufgabentyp ist exakt identisch. Das heißt, ihr bekommt jetzt erstmal mit, wie die Lösungswege in Wirklichkeit zu errechnen sind. Und natürlich gebe ich dann am Ende auch nochmal die Lösung, die du dann in der Original-Klausur herausbekommst oder ihr, ja, gebe ich auch nochmal bekannt, sodass ihr eben dann nochmal nachrechnen könnt, ob ihr auch wirklich alles verstanden habt. Legen wir also los mit der Aufgabe Nummer 5. Und zwar, ein Unternehmen stellt zwei Produkte A und B her, wobei X die herzustellende Menge von Produkt A ist und Y die herzustellende Menge von Produkt B bezeichnet, ja. Dann, die Gewinnfunktion des Unternehmens lautet GX ist gleich 30X plus 18Y minus 0,4X Quadrat minus 0,08Y Quadrat minus 0,12XY minus 1000. Dann, die maximale Produktionsmenge beträgt 700. Die Nebenbedingung lautet X plus Y ist gleich 700. Hier ist glücklicherweise die Nebenbedingung eingegeben, ja, wir haben ja gerade gesagt, X ist die herzustellende Menge von A und Y ist die herzustellende Menge von B. Und wenn die Gesamtproduktionsmenge 700 betragen darf, so ist X plus Y gleich 700 eben unsere Restriktion in diesem Fall. Das heißt, wir können nicht mehr produzieren. Dann zur Vereinfachung gilt, X und Y sind reelle Zahlen und es ist das Gewinnmaximum unter Berücksichtigung der zusätzlichen Nebenbedingungen zu bestimmen. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Bestimmen Sie die wahren Aussagen des Sachverhalts unter Verwendung der Lagrange-Methode. Ich hoffe, die sagt Ihnen was, ja. Und zwar sollen wir folgende Aussagen überprüfen. Das zu lösende Optimierungsproblem lautet Max, eckige Klammer auf, 30X plus 18Y minus 0,4X Quadrat minus 0,08Y Quadrat minus 0,12XY minus 1000 ist Strich 700 minus X minus Y gleich 0 und wieder eben X, Y ist eben sind reelle Zahlen. Aussage A zu prüfen. Eine Lagrange-Funktion lautet L abhängig von X und Y ist gleich 30X plus 18Y minus 0,4X Quadrat minus 0,08Y Quadrat minus 0,12XY minus 1000 plus Klammer auf 700 minus X minus Y Klammer zu. Dann die erste partielle Ableitung der Lagrange-Funktion nach X lautet L abgeleitet nach X ist abhängig von X, Y und Lambda, ja, ist gleich 30 minus 0,8X minus 0,12Y minus Lambda gleich 0. Dann D die Aussage, die wir prüfen sollen, die erste partielle Ableitung der Lagrange-Funktion nach Y lautet Lagrange nach Y abgeleitet abhängig von X und Y ist gleich 18Y minus 0,16Y minus 0,12X minus 1 gleich 0. Und letzte Aussage, die erste partielle Ableitung der Lagrange-Funktion nach Lambda lautet L abgeleitet nach Lambda ist abhängig von XY und Lambda ist gleich 700 minus X minus Y gleich 0. Ich habe das jetzt etwas besonders vorgelesen, indem ich auch die Abhängigkeiten hier genannt habe. Da werden wir gleich drüber sprechen, warum ich das so explizit mit vorgelesen habe bei eben dieser Klausuraufgabe. Fangen wir allerdings zuerst einmal mit der Lösung der Aussage A an. Wie können wir diese denn berücksichtigen? Hier steht nochmal komplett die Klausuraufgabe, ja, und natürlich die Aufgabe, um die wir uns kümmern werden, und zwar Lösung. Bei dieser Aufgabe geht es um das Thema der Ermittlung eines Optimums bei mehreren Variablen. Falls du die Lagrange-Funktion nicht kennst oder dir die Methode nicht so bewusst ist, ich habe auch nochmal unten verlinkt eben ein Video, wo wir ein Optimum ermitteln unter mehreren Variablen. Da gehen wir vor allem auf die partielle Ableitung ein, ja. Das ist so eine kleine Einführung, einen kleinen Einblick letztlich in diese Thematik aus dem Mathe 1-Paket, wo wir darüber sprechen, falls dir alles vollkommen unbekannt ist, auch was partielle Ableitung und so angeht, da vielleicht erst einmal reinschauen, weil wir können jetzt hier natürlich nicht ganz so intensiv, ich versuche es halt bestmöglich durchzusprechen, wie man es dann auch letztlich macht, aber wenn du ein Grundverständnis davon brauchst, auf jeden Fall dieses Video dann anschauen. Die Notation eines Optimierungsproblemen lautet immer wie folgt. Achtung! Wie löst man das Ganze oder wie schreibt man das Ganze auf? Wir haben ja auch über die Notation schon gesprochen von Optimierungsproblemen. Wir gehen hin und haben ein Max oder Min, ja, beides, je nachdem, was man braucht, dann macht man eine eckige Klammer auf nach dieser Notation, und dann schreibt man erstmal die Funktion einfach nur hin, dann macht man einen Strich und hinter dem Strich werden alle Nebenbedingungen in Nullform untereinander aufgelistet und dann macht man die eckige Klammer zu, ja, so würde man das im Grunde darstellen, dieses Optimierungsproblem. Und wenn wir uns erstmal um die Nullform kümmern, ja, viele sagen Nullform, wie geht denn nochmal die Nullform? Also in die Nullform rechnet man immer aus der Nebenbedingung, ja, steht ja auch hier. Die Nebenbedingungen werden hier in Nullform untereinander aufgelistet. Das bedeutet, wir haben ja hier oben unsere Nebenbedingung x plus y ist gleich minus 700, ja, habe ich hier auch nochmal stehen. Und um daraus die Nullform zu machen, geht ihr bitte hin und rechnet jetzt nicht minus 700, ja, kann man auch machen, ist aber relativ selten und sollte nicht angewandt werden. Das heißt, du rechnest im Grunde immer die Variablen minus, ja, also du rechnest minus x, bringst es auf die rechte Seite, du rechnest minus y, bringst es auf die rechte Seite. Und dann drehen wir das Ganze einmal, damit wir folglich stehen haben, 700 minus x minus y ist gleich Null. Und das ist eine Nullform der Nebenbedingung. Das heißt, die Nebenbedingung muss auf gleich Null laufen. Ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt hier die Nullform der Nebenbedingung haben, ja, 700 minus x minus y, wir müssen hier nur die Funktion einsetzen. Jetzt steht hier oben, es ist das Gewinnmaximum, ja, unter Berücksichtigung der zusätzlichen Nebenbedingungen zu bestimmen. Das heißt, wir wissen schon mal hier vorne, wir müssen maximieren. Ja, also Min fällt schon mal weg. Dann schreiben wir die Funktion ganz normal rein. Die Funktion haben wir hier oben stehen, das ist unsere Gewinnfunktion, ja. Also, ich mach's schon mal auf. Wir machen ein Max, eckige Klammer auf. Unsere Gewinnfunktion 30x plus 18y minus 0,4x² minus 0,08y² minus 0,12xy minus 1000. Dann machen wir den Strich, dann fügen wir unsere Nullform-Nebenbedingung ein. Das heißt, 700 minus x minus y gleich 0. Und wenn so Vereinfachungen stehen, wie sind reelle Zahlen und sowas, die schreiben wir einfach da drunter, ja. Also, die können wir nicht in Nullform oder sowas umwandeln. Sondern wir schreiben dann einfach x, y ist Teil der reellen Zahlen, ja. Und es bedeutet, wenn wir das hier einmal vergleichen, ja, das ist unsere Aussage A, das zu lösen Optimierungsproblem lautet Max, ja. Sehen wir, es stimmt exakt überein, was wir hier ermittelt haben mit unserer allgemeinen Notation. Das heißt, wir können sagen, die Aussage ist auf jeden Fall richtig, ja. Notation von Optimierungsproblemen bitte können. Alle Formen auch. Sowohl die Matrixform, ja, alles was wir besprechen, alle Formen solltet ihr auf jeden Fall drauf haben, weil es könnte durchaus vorkommen, dass auch mal Matrix-Schreibweisen benutzt werden und sonst irgendwas, ja. Also da auf jeden Fall sicher sein, was das angeht. Schauen wir in die Lösung B. Und zwar, hier haben wir nochmal die Aussage. Eine Lagrange-Funktion lautet L abhängig von x, y ist gleich 30x plus 18y minus 0,4x² minus 0,08y² minus 0,12xy minus 1000 plus, Klammer auf, 700 minus x minus y, Klammer zu. Lagrange-Funktion. Das heißt, wir hatten ja mal das Eliminierungsverfahren. Falls du jemanden oder falls du gerade guckst und es mal ein Paket hast, kennst du von mir das Eliminierungsverfahren. Aber wir haben ja auch über das Lagrange-Verfahren gesprochen. Und es ist so, Lagrange führt ja eine Variable zusätzlich ein. Das heißt, wir gehen nicht hin und eliminieren eine Variable, sondern wir gehen hin und führen eine Variable zusätzlich ein, und zwar das sogenannte Lambda. Und das Lambda, das können wir schon gleich hier, L abhängig von x, y, können wir schon gleich sagen, dass die Aussage falsch ist, weil uns fehlt hier unsere zusätzliche Variable Lambda. Ja, und deswegen, die allgemeine Lagrange-Funktion lautet wie folgt, L, Klammer auf, x, y und Lambda. Ja, also die Lagrange-Funktion ist immer abhängig von x, y, Lambda. Ja, wenn es noch mehr Nebenbedingungen gibt, Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 und immer so weiter. Ja, und das ist gleich optimierende Funktion. So lautet erstmal die Lagrange-Funktion. Das heißt, wir haben erstmal die optimierende Funktion abgebildet. Dann rechnen wir plus Lambda mal der Nebenbedingungen in Null vor. Und wenn wir das einmal machen, das heißt, wir bestimmen hier einmal die Lagrange-Funktion der Nebenbedingungen. Das heißt, wir gehen hier einmal hin. Lagrange-Funktion abhängig von x, y, Lambda ist gleich. Einfach wieder unser gx, also unsere Funktion, 30x plus 18y, lalalalala, ja, ich mach's jetzt nicht nochmal durch, plus Lambda einfügen mal Nebenbedingungen in Nullform. Nebenbedingungen in Nullform hatten wir bestimmt einfach hier, ja, minus y minus x haben wir gerechnet, also 700 minus x minus y. Und wir sehen jetzt hier, dass die Aussage in der Klausur wirklich einfach nur das Lambda fehlt. Und da bitte absolut drauf achten. Ja, sehr tricky, sehr fies eigentlich vor dem Lehrstuhl, ja, dass hier einfach nur eine Variable vergessen wurde schnell mal. Und ansonsten stimmt diese Funktion wirklich überein. Es ist nur dieses kleine Lambda, was hier ausgeblieben ist. Also ist die Aussage damit natürlich falsch. Kommen wir zu den Lösungen C bis E. Und zwar, wir sollen erstmal die erste partielle Ableitung nach x bilden, die partielle Ableitung nach y und die partielle Ableitung nach Lambda. Also wir gehen im Grunde einfach hin und leiten unsere gebildete Lagrange-Funktion ab. Und was ich bitte, was du machen musst, ja, viele machen den Fehler und leiten diese Lagrange-Funktion ab. Und es kommt irgendwie häufig zu Fehlern, ja, oder viele fragen sich, hey, wie geht das? Bitte löst einmal die Klammer auf. Ja, für mich, ja, denkt da an Tim oder so, ja, Lagrange-Funktion ableiten, Klammer auflösen. Und immer, behalte es dir einfach im Kopf, warum möchte ich das? Es soll einfach da stehen, 30x plus, lalalalala, ja, plus 700 Lambda minus x Lambda minus y Lambda. Ja, also Lambda mit allen Zahlen multiplizieren. Und das möchte ich, dass du das nur ableitest. Diese Funktion, die hier steht, und das werden wir jetzt auch machen. Und wir sollen zuallererst einmal nach x ableiten. Und wenn wir das einmal nach x ableiten, schreiben wir hier klein x hin, Notation ist eh egal, weil ihr seid in keiner Klausur, wo ihr letztlich wirklich was schreiben müsst. Leiten wir einmal nach x ab, das heißt, hier fällt das x weg, also 30. Hier kommt kein x vor, bitte mit partiellen Ableitungen vertraut sein, also fällt es weg. Minus, 2 mal 0,4 ist 0,8x, minus, fällt weg, ja, kommt keine x-Variable vor, minus 0,12x fällt weg, y bleibt, die y-Variable ist ganz normal wie eine Zahl zu behandeln. Denkt daran, fällt weg, die minus 1000 ist kein x da drin, plus, ist hier ein x drin? Nein, also fällt 700 Lambda weg, minus, x Lambda ist hier ein x drin, ja, x wird zu 1, also bleibt nur minus Lambda stehen. Minus, y Lambda ist hier ein x drin, nein, also fällt es weg. Also haben wir letztlich stehen 30, minus 0,8x, minus 0,12y, minus Lambda gleich 0. Cool. Warum gleich 0? Jetzt eine Ableitung ist doch eigentlich, endet nicht unbedingt nach 0. Wir wollen natürlich das Maximum bestimmen, das ist schon mal der erste Hinweis. Und normalerweise ist es immer so, dass Ableitungen der Lagrange-Methode automatisch auf gleich 0 lauten, weil wir immer wissen, dass wir entweder ein Minimum oder ein Maximum bestimmen wollen. Ja, also da musst du dich nicht irgendwie außer Konzept bringen lassen, wenn da gleich 0 steht und sagen, ja, das lautet aber nicht sofort auf 0, doch. Also da auf jeden Fall, das ist dann egal, ob das auf gleich 0 lautet, es sollte sogar auf gleich 0 lauten, was die Ableitung einer Lagrange-Funktion eben angeht. Wir stellen natürlich fest, die Aussage ist richtig, ja, können wir auch nochmal 30, minus 0,8x, minus 0,12y, minus Lambda gleich 0. Also Haken dran, richtig ankreuzen. Die Aussage ist richtig. Schauen wir uns die Ableitung nach y an. Ja, Ableitung nach y, ich blende sie einmal unten ein, wir gehen aber trotzdem oben durch. 30x, kommt hier ein y vor? Nein, fällt weg. 18y, kommt ein y vor? Ja, y wird zu 1, also bleibt einfach nur 18 stehen. Minus 0,4x², kommt ein y vor? Nein, also fällt einfach weg. Minus 0,08y², y kommt vor. 2 mal 0,08 ist 0,16y abgeleitet. Minus 0,12xy, kommt ein y vor? Ja, y wird zu 1, x bleibt wie eine Zahl unbehandelt. Ja, also 0,12x, minus 1000, kommt ein y vor? Nein, fällt weg. Plus 700 Lambda, kommt ein y vor? Nein, fällt weg. Minus x Lambda, kommt ein y vor? Nein, fällt auch weg. Minus y Lambda, kommt ein y vor? Ja, aus y wird 1, also bleibt einfach nur Minus Lambda stehen, ist gleich 0. Wir prüfen wieder mit oberen Funktionen. Hier steht jetzt 18y, ist schon mal falsch, ja. Müsste man eigentlich nicht weitermachen, wir wollen aber weiter nochmal prüfen. Minus 0,16y, ja, passt. Minus 0,12x, passt auch. Minus 1. Ich weiß nicht, was dem Lehrstuhl da eingefallen ist. Es lautet auf jeden Fall auf Minus Lambda, ist gleich 0. Das heißt, wir können getrost sagen, die Aussage ist falsch, ja. Also da komplett falsch im Grunde, was da abgeleitet wurde nach y, ja. Letzte Ableitung, partielle Ableitung nach Lambda. Und zwar wollen wir das uns einmal anschauen. Kommt hier Lambda vor? Nein, hier, nein, hier, nein, hier, nein, hier, nein, hier, nein. Ich glaube, ich mache sie gerade wahnsinnig. Hier kommt natürlich Lambda vor, ja, also 700. Hier kommt Lambda vor, also Minus x. Lambda fällt natürlich immer weg, ja. Lambda wird hier immer zu 1. Und hier kommt auch Lambda vor, also einfach Minus y ist gleich 0. Wenn sie nach Lambda ableiten, bleibt im Grunde immer nur die Nebenbedingungen der Nullform stehen. Weil das ist die einzige, die den Term oder die die Variable Lambda überhaupt hat. Und warum ich wollte, dass du die Klammer auflöst. Es ist manchmal wesentlich leichter zu erkennen, wann Minus Lambda hier hinkommt, ja. Weil viele machen da den Fehler und wissen dann nicht, wenn das multipliziert wird, was sie davon stehen lassen müssen. Oder sie lassen alles stehen oder sowas. Deswegen bitte immer einmal die Klammer auflösen. Lässt sich wesentlich leichter ableiten. Nicht mit irgendwelchen Klammern ableiten, ja. Kleiner Rat von mir, ja, dass es einfach leichter ist. Schauen wir es uns nochmal an. 700 minus x minus y gleich 0. Auch immer hier hinschauen, ja, wovon ist es abhängig? Von x, von y und von Lambda. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die richtige Aussage. Und das wäre es auch schon mit der Aufgabe, ja. Also wir mussten eigentlich nur einmal die Notation können. Die bitte wirklich können. Danach natürlich das Aufstellen der Lagrange-Funktion und das Ableiten der Lagrange-Funktion ist eigentlich dann nicht mehr schwer. Einfach nach den ganz klassischen Ableitungsregeln. Und man ist schnell durch. Also die Lösung der Klausuraufgabe 5. A, C und E sind richtig. Auch in der Originalklausur. Und B und D sind falsch. Ja. Und in der Originalklausur kommen Sie auf folgende Ergebnisse. Wenn Sie die Funktion aufnotieren, müsste da rauskommen, Max, dann wieder eckige Klammer auf, 22x plus 14y minus 0,16x² minus 0,04xy minus 0,04y zum Quadrat minus 1000. Strich. 500 minus x minus 0, unsere Nebenbedingungen in Nullform. Und dann wieder einfach die Vereinfachung, ja, dass x und y reelle Zahlen sind. Dann müsste bei B, müsstest du rausbekommen, die richtige, ja, Lagrange-Funktion. Lautet jetzt in diesem Fall. Die Lagrange-Funktion ist abhängig von x, von y und von Lambda ist gleich 22x plus 14y minus 0,16x² minus 0,04xy minus 0,04y² minus 1000 plus Lambda mal Klammer auf. 500 minus x minus y, Klammer zu, also deiner Nebenbedingungen. Das bitte wieder ausmultiplizieren hier. Dran denken, wenn du das machst mit der Originalklausuraufgabe. Wenn du dann in der Originalklausur nach x die Lagrange-Funktion ableitest, solltest du auf 22 minus 0,32x minus 0,04y minus Lambda gleich 0 kommen. Bei D, wenn du nach y die Lagrange-Funktion ableitest, 14 minus 0,04x minus 0,08y minus Lambda gleich 0. Und bei E natürlich kommt man einfach auf die Nebenbedingungen, also 500 minus x minus y gleich 0. Das sind die Originallösungen der Klausur. Ich hoffe, diese Aufgabe hat dir wieder weitergeholfen. Falls du Hilfe brauchst und weiter mit mir machen möchtest und natürlich auch lernen mit mir möchtest, ich habe es ja schon oft vorgestellt, ja, das Mathe-Paket, ich blende es oben auch einmal ein, ja. Da mal draufdrücken, falls du dich wirklich mit Mathe beschäftigen möchtest, mit mir auch weiterhin in der linearen Algebra. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich weiter unterstützen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Aufgabe, nämlich in der Aufgabe 6 wieder. Also, mach's gut, bis dahin, ne. Tschüss!